I'm not a dare. Bonnie Strange überrascht Fans mit haarigem Outing. Wo andere Frauen, und erst recht Promiladies, ein Riesengeheimnis um ihre Haarpracht machen, geht Bonnie Strange, 31, gewohnt frech in die Offensive. Und entlarvt ihre Valamene als Farke. Denn auf einem Styroporkopf festgesteckt, fotografierte die Influencerin ihre Extensions auf ihrem Balkon und postete das Bild bei Instagram. Ihr Koller-Kommentar dazu, inzwischen in Berlin, meine Extensions killen auf irgendeiner anderen Tusi. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Bis zum nächsten Mal.